Bei Foxtrot 8 die Basis an. Machen alle Türme weg und gegebenenfalls auch ein Teil von den Gems. Machs werden nur im... ...dann beschossen, wenn sie im Weg stehen. User left your channel. Fog of Pain. Na warte, noch nicht, noch nicht. Ich muss erst mal herkommen. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ruhig mit jungen Kerlen. Wir werden schon gepaint. Ja, irgendjemand schießt schon mit Lasern, deswegen. Halten. ...diskos. Disco? Disco, Poco, Dingelingeling. Okay, jetzt könnt ihr schon. Könnt ihr los, könnt ihr los. Wir haben schon einen UAV hochgeschossen, die Foxtege. 1500 Meter, ja. Ja. Oh, die stehen auch richtig böse. Ja, das sind die Jungs von EFT. Ui. Das war zu erwarten. Das ist nicht so einfach, ob wir um erst malen. F***. F***. Gleich los, Leute. Und los. Los. Laufen, 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 laufen. Twisten, twisten. Ich bin genackt. Krass. Ich bin genackt. 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 Da ist nicht so einfach. Wir sind genackt. Inte so einfach. Ich kann sie gucken. Ah shit Mystic, bremst ein bisschen ab Pass mich vor Da sitzt rechts von unserem FOX-7 steht ein Code-Tag Nicht da hoch, nicht da hoch Du hast doch gesagt, ich soll dich vorbeilassen Die haben einen Leitspot In die Base-Türme wenigstens Gut, dass wir alle AMS dabei haben Jungs, wirklich Ich habe gleich zwei Tonnen durchgeschossen Ja, ich habe noch 60 Schuss Ich hatte diesen Arme jetzt Und genagt bin ich auch Der läuft gerade hinterher Der Narko, ich drehe ihn noch nach vorne Und den FOX raus Ja, mir ist alles anders egal Staude, du Sau Trotzdem in Leits, oder? Ja, jetzt ist schon rum Habt ihr einen Turm gekriegt? Haben die viele LAMS, Alter 2 hab ich gekriegt Nicht reagieren Nicht reagieren Nicht zu spät Bitte Hatten alle AMS dabei? Ja Hatten alle AMS dabei? Ja Die waren echt schlimm, die LAMs Ja Also ich war ganz am Anfang genagt Und ich hab gar nicht so viel abgekriegt Ähm, ich bin raus Hab einmal meinen Proll abgemacht und war runter auf 51% Boah, der Schnaude, ey Setz den doch einfach auf die Knorr Setz den doch einfach auf die Knorr So, also wir laufen rechts Rechts, 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 rechts Ja, warte erst mal ab Lass sie ein bisschen ran Eigentlich müssen wir Sie sind noch nicht Sie stehen außen, sie stehen schon außen Na klar, links E5 Sie haben E5 schon Kontakt? Ja, dann geh mal Geh mal Aber das Tor aufmachen, bitte Rechts drüber laufen? Ja, ich kann es versuchen, aber Weiß nicht, ob es alle schaffen werden Hm Wenn es nicht alle schaffen können, was er auch macht Und bitte verhackt euch nicht Und denkt auch an den Turm, der da direkt Voneinander Der direkt hinter dem Tor ist Tor am Handouts Und wenn es läuft Wir haben ECM über uns Wir haben E5 über uns Boah, F1 A Wir haben uns auch Das ist E5 Das ist E5 Zickzack laufen Zickzack laufen Jawohl, und rein in die Base Acquired, enemy spotted Metalk L.A.M. Bravo Und wieder eine UAB Also nicht von den beiden Türme, Türme, Türme Der will ja Emergence Boah Boah Sehr geil, Jungs Sehr geil Sehr geil Es ist so, Maria Ist das geil Ah, kommt Urgen 3 Ne, ohne Scheiß Achtung, Erstschweig sind da der Kanone So, jetzt sind die erst zurück In der Base Geht nochmal auf Gens Was geht Genau Gens, Gens, Gens Gens Wow, und Omega Kratzen Omega an Was geht Alter, haben wir sie genommen Ey Jawohl, geil Und das obwohl sie Combat ID haben Leute, Heavys oder nochmal lights gleich? Heavy jetzt Aber die Lurms durften fast Leerschossen sein Wir weichen nicht vom Schema ab Was nennen wir, Heavy or the light? Schwer, schwer, schwer Kleiner Tipp nochmal Wenn wir so laufen Die standen ja jetzt relativ gebündelt Man hätte auch hinten durch die Dropzone gekonnt Und dann von hinten rein Wenn die weiter oben gestanden hätten Was geht Ja, Mystic, bitte Es sind alle Türme weg Gens sind weg Nee, das war schon perfekt Da waren nur Du hast immer noch was zu meckern Ich verstehe das nicht Ich verstehe das nicht Hab ich gemeckert? Ne, doch, du hast gemeckert Ich muss mich echt mal am Arsch lecken Mystic Ich war jetzt zwar nicht mehr vorne Weil ich der erste Tote war Aber würde ich lassen Weil es Zeit kostet Ja Ganz genau Darauf wollte ich auch grad sehr Nur mal irgendwas auszusetzen Das hat Bastien dir das letzte Mal schon zugesteckt Man muss doch noch perfekt so stimmen Habt euch lieben Aber Schlauder hat uns gelobt Das sollte uns was sagen Ich glaube nicht, dass das ernst gemeint ist Doch, das war ernst gemeint Nein, Staud ist ein Arsch Das war grad der Sarkasmus Staud ist kein Arsch Und äh Es gibt gar keine Ärsche Klar Es gibt nirgendwie Arsch auf der Welt Ich hab jetzt nichts gewahrt Wir haben keine Chance Als da jetzt drauf zu pushen Und ich finde, das haben wir sehr gut gemacht Top Für die Tatsache, dass wir uns bei zu Null vorher Quasi weggeräumt haben War man perfekt Quasi Jaja, aber ihr müsst ja auch verstehen Die haben sich in der ersten Runde Schon so gefreut Und jetzt so war's Also Genau Ja, deswegen Deswegen hab ich so gesagt Dass das so geil ist Weil die eben noch Sich voll Voll lustig gemacht haben Über uns Ja Jetzt Besuch Bitte nicht die eigene Leute abschieben Hat der eine Erstfakt liegen lassen? Arti, Arti zwischen uns Hat er, hat er? Ja, 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 ja Das hat er noch hingekriegt Mit einem Treffer 20% Mhm Das ist ärgerlich What the fuck Ja, das meiste davon Das sieht nur so aus Weil es halt viel Struktur dabei ist Ja, aber 80% Ja Was das für Schaden ist? Aha Immer Raketen kommen schon wieder Es kommt rechtlichen Raketen Ende Gehen wir Rechts oder? Gehen wir rechts, gehen wir rechts Komm wir räumen durch die Uhr Dann haben wir auch noch ein bisschen Spaß Es rattern die Ames New Target acquired New Target acquired Ah fuck Wir haben November im Übergang Wir haben vierfache Ames Doppelarmes Ja fuck Und wir gehen gleich rein Wir gehen gleich weiter Also lauft durch Ich guck das wir so lange hier halten können Gehen wir Mitte oder gehen wir außen? Die wird außen oder? Rechts lang Rechts lang, außen lang Gut Ah Eyes on, enemy contact No target acquired Kommt eigentlich nicht viel von Ja Ja Der andere Toto-Robil kriegt ordentlich Ich bin eigentlich ganz dicht an seinen Brücken Aber er kriegt immer noch ungewicke No target acquired Also ihr werdet von hinten genau Kommt der Nagelsch hinten durch Und ich guck das ich den wegkriebe Bleibt zusammen, die kommen nicht durch Die LMFs Bleibt schön zusammen, nicht aufsplitten Lasst euch nicht so auseinander ziehen Fick ich muss mal Ich bin am Arsch Ich bin am Arsch So Deck uns an den Rücken, ich bin hinten total offen Bin genockt Werde gleich da umgehen Weitere laufen, wir müssen jetzt Wir müssen wieder ein bisschen aufrollen Wir sind zum Schluss Ich halte euch den Rücken ein bisschen frei Weil ich hier sowieso nicht durchkomme Ich halte euch den Rücken ein bisschen frei Weil ich hier sowieso nicht durchkomme Ich halte euch den Rücken Ich halte euch den Rücken Ich halte euch den Rücken Der Rücken ist auch tot Splett überhitzt Sehr sehr geil Wir durften nur an dem Sieg schnuppern Dann haben wir ihnen das Teller weggesicht Im zweiten Drop Sehr schön Eh Wut